hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge vom spiel drake holo wir schauen heute mal dass wir ach die linke haben auch noch nicht entdeckt sich gerade dass wir hoffentlich meinen einen zu dem nächsten schlafenden dragona hochkommen bei mir wird immer noch die blau pause angezeigt die soll hinten hinter dem haus sein das ist doch miss dieses dreieck war dieses vorrats dieser vorratslaster und da steht nur fabrikstraße da haben wir wohl irgendwas nicht mitgenommen was wir noch einsammeln konnten nämlich mal an ach so nee dass der zeigen die nur an was da alles drin ist okay also zu dem vorratslaster würde ich schon gerne noch mal rüber gehen 1 2 3 4 5 ich kann uns aber nur hinbringen ich kann uns nicht zurück ich habe zwölf stück ich kann wenn du nicht wenn ich nicht sterben ja sonst würde ich sagen machst du den hinweg dann habe ich zur not um irgendwie zurückzukommen oder so vielleicht noch ein paar so macht sie richtig ja bist du soweit stehen neben mir aber ich wollte was von der insel für heilsalbe hier ist dieses weiße zeug brauche ich nicht was das sind fluchbären das ist nicht für die heilsalbe so da ist einer das hier glaube ich ja ja das ist das brauche ich da was mal mache ich mir gleich eine weil ich habe gar keine mehr das war nur eine echt ist noch einer was machst du denn du nagel ziehen ja aber das irgendwie nicht wirklich effektiv scheiße wo müssen wir jetzt ja ich habe jetzt nur geguckt ob hier noch welche von den bären sind aber die bären bei euch nicht ja diese weißen dinge meine ich jetzt ja die gibt es auf der insel die stehen zumindest hier wahrscheinlich ist hier steht da eigentlich gas drauf warte mal oder nehmen wir die linke die große die haben wir auch noch nicht entdeckt und gehen von der auf die andere drauf das können wir nicht hin da müssen wir erst auf die kleinen ja das ist verbunden hier links weil das ist ob wir jetzt die gehen oder die andere gehen aber die haben wir noch nicht erkundet hier vorne kann man die sachen nehmen ja kannst du das in die pilze ja manchmal kannst du die nehmen manchmal nicht das total seltsam also darüber gehen was war das ich war das schon drin hatte kommen wir da überhaupt hoch doch doch links kommen wir hier so geradeaus da kommen wir glaube ich hoch komm ja ja da kannst du da ist auch noch ein wagen aber hier stufe 15 das ist gefährlich glaube ich stufe 15 ach so ne warte mal das ist so ein transport ja soll ich den nehmen oder soll ich lieber den anderen oben nehmen wie wie warte mal verbinde den doch erst mal mit unserer base also soll ich den nehmen ja mach mal kann ich das denn ich dachte der muss mit der base verbunden werden der macht immer noch nur das lila ich weiß nicht wie das funktionieren soll also ich habe das ding zwar dabei aber ich kann nichts verbinden irgendwie ne warte mal kann das sein dass du das lila ding irgendwo platzieren muss auf einer anderen insel damit die sich dann und dass wir das auf jeder insel bringt hinbringen müssen dass du erst mal eine verbindung zu unserer station kriegt das hätten wir es nämlich auf der ersten insel erst mal platzieren müssen oder ja ich war gerade sagen wenn dann auf der auf der heimatinsel ja ja das denke ich mir der die heimatinsel hat ja ein die hat ja nämlich auch so ein zeichen das war ein karottensamen das muss ich sowieso einpflanzen ja unten links ist auch ein großer was ist mit der spitzacke los die trugst überhaupt nicht mit der die scheiße irgendwie dafür ach warte mal ich kann den wegpunkt auf drei auswählen ok warte mal ich gehe noch mal kurz hier zurück zu den dingen also da wo die heilsalbe ist was ja ja das war hier die ganze auswählen von der jetzt ja ich habe den erstellt und ich kann den hier auswählen ich weiß nur nicht vorratslaster verbinden dann kommt nur diese schließen so wenn ich jetzt drei wenn ich jetzt halte keine ahnung habe ich den jetzt verwendet manifestationsfunken also ich habe ihn anscheinend verwendet aber verbinden dann kommt jetzt ein anderes bild ok führen der nähe einer verbindung ein doppelsprung auf um aus dem licht also wenn du doppelsprung was scheint sie angezogen zu werden oder was ich habe keine ahnung was ich da jetzt gerade gemacht habe aber der sieht jetzt auf der karte auf jeden fall auch anders aus es ist geil wenn du für sowas überhaupt gar keine anleitung hast du nicht weiß wie das überhaupt funktioniert das irgendwie was mich raten was jetzt fleißig überall die rohstoffe abgegrast die ich noch nicht alle hier oben sind noch welche die würde ich extra stehen lassen hier wo ich bin bist du hier an dem auto hier hier ist ein auto noch und dieses leuchten ich gehe mal zu dem haus hier da oben ist auch noch einer hier hier sind auch noch mal die da warst du hier in einem kleinen haus schon mal drin ne war ich noch nicht dann gehe ich mit als man wir müssten die wieder füttern die 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 ach hier ist eine kiste ich habe extra noch mal alles vorbereitet nicht vorbereitet aber ich habe extra noch mal alles angeklickt bevor ich gefahren bin also irgendwas jetzt nach draußen gefallen steht immer überall abbrechen ich weiß nicht was ich abbrechen soll kommt man da irgendwie drauf weil oft haben die die dinger ja da drauf in der angelroute anglerroute konnte ich gerade einsammeln hier ja dann war das bestimmt wo das aus dem fenster gefallen ist von mir die frage ist können wir damit angeln ich bin da voll reingegangen ich dachte gerade ja ich auch dachte gerade ich hatte was angegriffen aber letztendlich ist es ja so ähnlich kommen wir gehen wir mal in das haus hier oder da ist eine kiste noch da ist noch einer da kommt einer das ist ein meiner ich habe den ballon hast du die eine kiste jetzt gemacht ja ja geh mal hier rein ich höre da drin irgendwas größeres glaube ich lass uns hier noch mal draußen ist auch noch was was haben die denn hier gemacht achte zu warte mal da kommst du von oben dran wieso lässt du die sachen hier liegen trinkpäckchen ich kann nicht irgendwas lesen lässt die notiz mal bitte hier eine notiz sehr das brauche ich glaube ich nicht neues leben fünf monde verging er ich mich mit dieser neuen realität engagiert hatte ich bezweifle dass ich ohne diesen vogel auch nur einige tage bestanden hätte der vogel schwätzt während ich in diesen geheimnisvollen land suche was ich zum essen und zum heilen der verletzungen benötige die ich auf meiner flucht erlitt doch ich höre stimmen die wird langsam immer die sachen hier die sagten hier oben da den blauen und ich muss das ding in der mitte erst mal nehmen ja meine ich ja hinter dir hinter dir und hinter dir die waffe oder was da liegt die waffe noch doch ein hackball nackball liegt hier da war nichts hier liegt auch was ja und muss wahrscheinlich was runtergefallen jetzt trinkpäckchen das brauchen die glaube ich ja zum trinken ja warum stehen da kerzen kommen wir hier aufs dach irgendwie nähe mir steht aber nichts mehr mit einer blaupause das heißt hier gab es anscheinend keine wahrscheinlich weil der kaputt gegangen ist noch warte mal haben wir jetzt wir sind aber da hinten noch nicht hingegangen genau da ja ich da ist auch noch einer erwarte mal hier haben wir noch nicht gemacht den wagen hat genau da wollten wir eben da hier oben noch ein einkaufswagen näher und hier ist noch ein dingswagen im lagerwagen hier oben hier unten ist auch noch mal so ein kleiner gebner achtung hier ist einer mit links hier oben nur das mit den äther stufen habe ich irgendwie noch nicht so ganz verstanden heißt wahrscheinlich da sind jetzt wieder neue gegner oder so je höher die äther stufe ist aber ich weiß es halt nicht ich weiß nicht wie du die verbinden kannst du den wagen ja dazu brauchst du wie gesagt diesen wegpunkt scheiße ich kann keine heilser machen ich habe auch nur noch zwei jetzt ja ich bin dann wahrscheinlich danach da ist noch ein wagen ach so den kann man aber kann man die beiden nicht verbinden hier habe ich gerade auch schon ausprobiert irgendwie du kannst sie zwar so anpeilen aber er zeigt mir die wagen den wagen in die richtung müssten wir jetzt noch ich habe verbunden ich weiß okay pass auf da kommt der wagen wird dann angezeigt in so 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 umrissen ja ja aber das klappt nicht ja bei mir guck mal was ich jetzt doch das hat jetzt geklappt hier unten ist noch einer warte mal jetzt gehe ich mal zu dem äh ok normal der zeig dir den oder ging das jetzt nur weil du den benutzt hast den ich eben markiert hatte also wo ich das ding aufgebaut hatte von hier oben kann ich zum beispiel keinen von denen markieren ja er kann ich mir glaube ich nicht dass es daran liegt weil das ist ein ganz anderer hier das ist ja nicht der der auf dem öfter schrägen da hinten war ist er das nicht wo ist der auf der schrägen warum war das vielleicht müssen wir den mit einem dieser beiden jetzt verbinden wie braucht deinem platz zum schlafen will der mich verarschen haben doch vorhin erst ein bettchen gemacht die nacht ist wahrscheinlich ist doch die ganze zeit hell ach du läufst hinter mir her gewick ich will nicht hauen das noch einen gegner ich dachte gerade schon zwei gegner aber ach so ich habe keine munition deswegen die ballon schleudert noch munition genau der da unten war das nämlich der aber die sind zu weit weg also den wirst du hier nicht auswählen können oder der hat vielleicht verstärkte kraft weil ich das gemacht habe dann er sagt jetzt trennen nach vorne du hast den schon verbunden womit das den verbunden keine ahnung ich weiß noch nicht was ich kann was im pin dahin gemacht auch du bist ein witzbold ja habe ich dir ja gesagt ne macht den wieder weg wir muss kann man den abbauen nein ich habe den extra daran gebaut ja aber der ist ja schwachsinn du musst du musst diesen stadt kann man benutzen um das umzulenken wenn das zu weit weg ist wir müssten den mitnehmen und dahinten am haus irgendwo hin machen dass wir den verbinden können wenn ich den abbrechen ist der bestimmt kaputt was dann habe ich den ja extra gebaut ja aber da ist er völlig für die füße ja aber hier ist ja so ein punkt wo er normalerweise dann ja verstärken würde aber das kann nicht trotzdem verstärken soll das teil einfach nur wie gesagt wenn ich hier stehe und ich mache jetzt kann ich es nicht mehr oder ist das warte mal nee da kann ich mich jetzt nicht mehr ich verstehe es nicht eben habe ich einen doppelsprung gemacht man bin ich zurückgezogen worden ich kann weg trotzdem endlich mal dahinten ich weiß nämlich nicht wie lange wieder noch brauchen weil der will die ganze zeit einen schlafplatz haben der wird dann wahrscheinlich bald weg sein weil die ja nichts kriegen haben wir da oben jetzt wo habe ich mich gerade erschrocken hilfe wo kommt das sind die jetzt alle ja hallo achten er schießt da hinten ich bin fast die sind aber scheiße den einen habe ich ach du bist auch hier ich dachte du bist bei dem anderen nein ich habe keine munition mehr ja ich war ein meter weiter daneben da ist ein chest der kleine ist jetzt weg nimm du die chest da ist ein plan drin da war eine zeltstange oh ja zwei blaupläne das ist gut aber wir haben nichts mehr was wir mit den blauplänen freischalten können mit dem blauplänen das ist ja blauplan blaupläne das war nahe nicht so witzig ach schon wieder ein überfall wollt ihr mich verarschen sollen wir das eine noch schnell machen oder ja komm das sind zehn minuten der überfall wo müssen wir dann hin wo willst du wo oder wo willst du hin hier oh warte mal hier ist noch was ja ich weiß aber guck dass du durchläufst zu dem roten ding da zu welchem wo ist was ich denn jetzt in der hand wo ist was rotes was für den roten ding ich laufe zu innen nein jetzt sag mir nicht das ding ist kaputt doch das ist kaputt meine spitzhack ist weg ja ja was sind das für eine scheiße soll ich warte mal 33 muss ich das ding nehmen ja okay das ist aber richtig mist hier rechts auch ein einkaufswagen hier ist auch nochmal so ein rotes hier gibt es keine sachen ich habe gerade was aufgesammelt ohne es mitbekommen zu haben der sammelt alles auf selber oder wie irgendwie ist das ein bisschen seltsam gerade aber das sind mehrere hallo ich bin im auto drin hilfe kann ich dich da rausholen ich kann auf abbrechen klicken aber mach mal abbrechen hallo ja kann ich nicht ich bin gestuckt irgendwie toll geil hä warte mal kann ich hier einen gegner hin holen dass du vielleicht dann irgendwie ja geil ja die wollte ich auch mitnehmen aber die rohkolben ich komme hier nicht raus ja geil das ist ein tolles spiel ich sehe das innere von meinem kopf so ein halbes auge und so siehst du auch ein auto von innen ähm ja ein bisschen warte aber kein guter motor ah ne das sind die reifen hier unten was ich sehe und meine füße sehe ich ja aber hier sind keine gegner vielleicht werden gegner dich angreift ich kann kann ich irgendwie eine hinlocken die überschrift dieser folge heißt ich bin ja gestuckt keine ahnung was das auf deutsch heißt ich bin eingefroren ich bin verbuggt da hinten ist ein gegner warte mal aber da kommt einer wieso kommt er nicht mit hä wo ist der hin hallo gegner verbinde vorratslaster mit deinem lager tja man der schießt nun warum kommt der nicht mit boah ich könnte hier so viel ausbuddeln auch hier soll ich das alles mitnehmen oder nicht ja nimm mal mit ich komme hier nicht raus ja hier gibt es aber viel zeug ich würde sagen kann man hier irgendwo sterben also das einfachste wäre ja es gab doch irgendeine möglichkeit meine ich zu sterben oder ne man konnte zurückporten irgendwie meine ich ne also normalerweise hat man immer die möglichkeit irgendwie zu sterben gerade wenn man so gestuckt ist oder ich muss wirklich rausgehen in dem moment das wäre natürlich scheiße ja aber dann würde ich auch rausfliegen ja und ich weiß nicht ich denke mal nicht dass wir dann hier auf der insel wieder sind oder ne 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 bestimmt nicht wahrscheinlich werde ich sowieso wenn ich mir jetzt noch ein viech angreif weil ich kann mir ja keinen trank mehr machen werde ich wahrscheinlich eh tot sein ja bis hier war es eigentlich ein nettes spiel ich werde dann wohl nie wieder die großen weiten dieses spiels mitbekommen nein da hinten ist übrigens auch noch ein viech auf der anderen seite also ich würde sagen dass ich hier erstmal cut mache für diese folge und verzweifelt versuche rauszukommen und wir uns dann hoffentlich ganz normal in der nächsten folge wieder sehen können vielleicht ja bis dann ich würde gerne sagen auf wiedersehen ich würde gerne sagen auf wiedersehen ich würde gerne sagen Vielen Dank.